So, hallo und herzlichstes Willkommen, liebe Wurtbewohner und Ödlandbesucher, zu einer klitzengleinen Eilmeldung. Und zwar heute soll ja der Wendigo-Koloss kommen, ein kleiner Hotfick soll aufgespielt werden. Und das Traurige, aber Wahre, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist erstmal, ich werde heute Abend das Wendigo-Koloss-Event auf jeden Fall streamen. Und zwar auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv hubi.afk. Dort werde ich mal ein bisschen streamen. Weil mir das mit YouTube irgendwie momentan wieder so ein bisschen gegen den Strich geht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber das sind so Hintergründe, das werde ich euch dann im Stream dann auch erzählen, was da so schief läuft. Kommen wir allerdings erstmal zu dem Hotfix. Und zwar gibt es da für die Konsolenspieler schlechte Neuigkeiten. Denn der Hotfix und das kolossale Problem wird heute nur für die PC-Spieler erscheinen. Das heißt, dass heute wieder mal so ab 16 Uhr, glaube ich, die Server offline gehen. Und dann wird der Hotfix aufgespielt und dann können wir da dann zocken. Aber die Konsolenspieler müssen wohl noch bis zum Ende der Woche warten. Und das ist halt natürlich wieder ein bisschen traurig. Ja, das tut mir wirklich leid für euch. Aber es ist leider so. Tut mir leid. Allerdings könnt ihr euch ja, wie gesagt, heute Abend auf twitch.tv slash hubiafgardenlivestream angucken. Und dann zusehen, wie ich da bei diesem Event abkacke. In diesem Sinne danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Guten Loot. Macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video und heute Abend im Livestream. So ab circa, ich denke ab 20 Uhr. Denke ich mal. Vielleicht auch ein bisschen früher. Schauen wir mal. In diesem Sinne. Servus und ciao.